Ich will es so, will was Neues. Oh mein Gott, Mama, da will ich hin! Ich habe eigentlich keine Höhlenangst, ich mag sowas. Je näher ich ans Ziel komme, desto mehr bin ich aufgeregt auf die Show. Das sind sie, die jungen Tarzans, die den Helden des Musicals als Kind darstellen werden. Zehn Jungs im Alter von neun bis elf Jahren trainieren für ihren ersten großen Auftritt auf einer Musicalbühne. Meine Mutter hat einfach mal gesagt, ob ich mich hier bewerben will, am Anfang wollte ich nicht, aber dann hat sie mich überzeugt. Was soll das heißen, Musical? Was soll ich da machen? Also tatsächlich, ich wusste davor noch nicht mal, was Tarzan ist. Ich habe das noch nie gehört, Film oder Hörspiel habe ich tatsächlich noch nie gekannt. Ich habe das nur einfach in der Zeitung gesehen und dann fand ich das direkt super cool, was man da machen durfte. Und da bin ich jetzt hierher gekommen. Wir machen jetzt Gesang, Schauspiel und auch Akrobatik. Ich mochte schon immer gerne singen und so und habe auch immer bei Liedern oder so mitgesangt. Schon seit mehreren Monaten werden die Jungs von ihrem Trainer Thomas Hirschfeld auf die Proben vorbereitet. Man könnte auch sagen, ich bin der Kindercoach hier für das Musical Tarzan im Palladiumtheater. Und den braucht es auch. Für eine Rolle gibt es gleich zehn Darsteller. Es gibt das Jugendschutzgesetz, wo die Kinder nur 30 Tage im Jahr arbeiten dürfen. Und man kann sich ja vorstellen, wenn wir acht Shows die Woche haben, dann würden wir natürlich mit zwei, drei Kindern irgendwann schnell an unsere Grenzen stoßen. Jeder der zehn Jungs muss also bis zur Premiere die komplette Rolle beherrschen. Seit Anfang Oktober wird das Bühnenbild für Tarzan aufgebaut. Eine besondere Herausforderung ist dabei die Flugsteuerung. Denn jeder Darsteller soll über die Bühne fliegen und sich dabei in jede Richtung drehen können. Ein enormer technischer Aufwand. Clemens Weißenburger ist für die Flugtechnik zuständig und führt uns hinter die Kulissen. Jetzt befinden wir uns im Herz von Tarzan, oben auf dem Fluggritt. Hier stehen die gesamten Winden, die Tarzan im Bühnenbereich zum Fliegen bringen. Die Winden mit dem Grünseil, das sind die Highspeed-Winden, die können bis zu sechs Meter pro Sekunde. Das ist speziell konstruiert nur für Tarzan. Damit auf der großen Bühne nichts schief geht, wurde im Backstage-Bereich eine Art Trainingslager aufgebaut. Hier beginnt eigentlich das ganze Fliegen. Jeder Darsteller hatte hier den Prozess durchgemacht im ersten Casting. Hat er eine Affinität zum Fliegen, ist halt höhentauglich. Weil mit Höhenangst ist es natürlich echt schwierig, wenn du dann aus 13 Meter Höhe runterstürzt im Bungee. Und das wird hier als erstes erstmal getestet. Und hier werden auch die ersten Flug-Erfahrungen gemacht. Die Darsteller müssen also akrobatische Fähigkeiten und Mut mitbringen. Das gilt auch für die jungen Tarzans. Wir haben im Januar das erste Mal gecastet und da waren ungefähr 80 Jungs, die sich beworben haben. Und im April haben wir dann nochmal eine Castingrunde gemacht mit den gleichen Kindern. Und da wohl dann die zehn Kinder rausgepickt, die wir jetzt heute hier sehen. Gleich werden die Jungs zum ersten Mal auf der großen Bühne ihren Mut beweisen müssen. Hier wird seit Wochen an der digitalen Steuerung der Seilwinden gearbeitet. Jetzt sind wir im Gehirn von der Anlage. Hier sind wir am Steuerstand. Hier werden die Flüge aus programmiert, gefahren und auch sozusagen überwacht. Dazu kommen ja noch dann die Automationsanlage für die szenische Steuerung. Das heißt, wir fahren ja mit zwei Anlagen. Eines macht nur die Fliegerei und die andere Anlage macht die ganzen szenischen Fahrbewegungen. Nur ein Zusammenspiel von allen Leuten zusammen funktioniert die Show. Insgesamt arbeiten über 150 Leute hinter den Kulissen, um das Musical fehlerfrei über die Bühne zu bringen. Gegenüber der Inszenierung von 2013 haben sich das Bühnenbild und die Geschichte verändert. Der technische Aufwand ist noch größer geworden. Eine Herausforderung für Regisseur Jeff Lee. Das Set ist komplett neu. Der technische Aufwand ist ähnlich herausfordernd wie früher. Aber wir werden das hinkriegen. Die Affen werden wieder vor und über der Bühne in der Luft sein. Tarzan und Jane werden fliegen. Und wir werden im Theater wieder den Eindruck schaffen, in die Szenerie eintauchen zu können. Dafür müssen die Flüge perfekt choreografiert werden. Tarzan muss einen Überblick haben über den Dschungel und die Sicherheit seiner ganzen Familie. Also über das Zentrum, dann die Seite wechseln, zur Bühne und dann der Ruf. Der Probeflug beginnt. Über die Köpfe der Zuschauer hinweg wird Tarzan zur Bühne fliegen. Ein spektakulärer Auftritt. Die Flugtechnik müssen auch die jungen Tarzans in wenigen Wochen beherrschen. Wir machen es erstmal einmal ohne Musik, da haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt. Und dann machen wir es mit Cory, okay? Ich liebe es, mit den Kindern zu arbeiten. Thomas Hirschfeld kümmert sich wirklich super um die Kinder. Sie müssen fast die gleichen Sachen in der Luft machen wie die Erwachsenen. Sie müssen in 15 Meter Höhe fliegen. Als Erster muss der neunjährige Felix an die Liane. Ein bisschen Angst habe ich schon ein bisschen vor dem Fliegen, aber ich finde es eigentlich auch richtig geil. Die ersten Übungen hat Felix geschafft. Aber bis zur Premiere müssen er und die anderen Jungs noch sehr viel mehr lernen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Nur noch drei Wochen. Dann wird's ernst. Dann müssen Akrobatik, Gesang und viel Text perfekt sitzen. Meine neueste Erfindung, der Obstpflücker. Dann pass mal auf, wie ich mir den Happen da hole. Es ist durchaus schauspielerisches Talent gefragt bei den Darstellern des jungen Tarzan. So, dann haben wir. Du zu mir und ich zu dir. Zwei, drei, Sprung. Bei den Proben wird deutlich, wie kompliziert es ist, Schauspiel und Technik so zusammenzubringen, dass es am Ende fließend und spielerisch wirkt. Genau. Sehr gut. Okay. Achtung. Jetzt kletterst du da rein, wo du gerade drin warst. Wieder dahin klettern. Ich vertraue auf sie und dann funktioniert es eigentlich super, dass sie dann auf der Bühne dann auch alles so machen, wie sie es machen sollen. Soll natürlich trotzdem kleine individuelle Personen bleiben, dass sie wirklich auch jeder ein kleiner, individueller Tarzan sind. Du machst einfach dich klein. Janis fühlt sich offenbar schon ganz wohl in der Luft. Ich habe es natürlich schon überall geprobt, aber nicht auf der Bühne jetzt mit den ganzen Seilsachen und so. Und was man sich da alles merken muss, wo man jetzt hingehen muss, damit es passt, ist schon sehr viel. Aber es macht auch sehr Spaß, oben im Baum zu sein und die Sachen zu machen. Also, sehr cool. Noch zwei Wochen bis zur Premiere. Heute ist der elfjährige Tino die Hauptperson bei der Probe. Felix begleitet ihn, damit er sich so viel wie möglich abschauen kann. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass wir den ersten Akt heute machen und da wird auf jeden Fall viel los sein heute. Auf der großen Bühne ist einiges anders als im Proberaum. Der Boden ist ein bisschen anders, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen. Da muss man natürlich noch Sachen mit Seilen beachten. Und ja, da muss man halt aufpassen, dass man nicht mit irgendwelchen Affen kollidiert. Guten Tag! Zuerst geht's in die Maske. Hier sitzt Tino direkt neben dem Darsteller des erwachsenen Tarzans. Die beiden haben sich noch gar nicht richtig kennengelernt. Also, wir trainieren tatsächlich eigentlich nie zusammen, weil er ist ja auch erst später auf der Bühne als wir. Aber tatsächlich, wir trainieren eigentlich immer nur unter uns, also nur als Kinder, sage ich mal zusammen. Für Schauspieler Terence van der Lowe ist es eine Herausforderung, dass seine Figur auf der Bühne zunächst von Kindern gespielt wird. Das ist was ganz Besonderes, dass alle Kinder die gleiche Geschichte erzählen. Wir erzählen sie gemeinsam, weil das Musical ja mit ihnen beginnt und ich erst später auftrete. Ich schaue mir ihre Proben an und es ist toll, so viele talentierte Kinder zu sehen. Ein Star wie der große Tarzan werden, denkt Tino daran? Das weiß ich noch nicht genau. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr cooler Job, finde ich. Also, ich überlege es mir, aber ich weiß es noch nicht genau. Ich habe als Kind viel im Chor gesungen, aber erst mit 17 habe ich gemerkt, das ist, was ich machen will. Geschichten erzählen auf einer Bühne. 17, das ist ganz schön spät. Nicht so früh wie die Jungs hier. Es ist cool, all diese Mini-Tarzans zu erleben. Mit der Perücke ist die Verwandlung in den jungen Tarzan fast perfekt. Was noch fehlt, ist die Körperbemalung. Okay, bist du bereit? Ja. Tino erlebt hautnah, wie viel Aufwand für so ein Musical notwendig ist. Ich finde, es wird irgendwie ein bisschen wenig wahrgenommen, dass da so viel im Hintergrund passiert. Im Gegensatz zu Terrence, der schon in vielen Musicals mitgespielt hat, steht Tino zum ersten Mal auf einer großen Bühne. Er wirkt konzentriert, aber nicht nervös. Ich habe tatsächlich noch nie wirklich so richtig Lampenfieber gehabt. Also, ich bin nie so richtig aufgeregt, natürlich ein bisschen, aber ich habe jetzt nicht so wie andere komplett Angst davor. Aber ja, es ist natürlich sehr cool, das machen zu dürfen. Danke. Danke. Gleich geht's ab. Auf die Bühne. Zum ersten Mal muss Tino jetzt zeigen, ob er alles, was er in den letzten Monaten gelernt und geübt hat, so auf die Bühne bringen kann, dass seinem Auftritt vor Publikum nichts mehr im Weg steht. Ich durfte tatsächlich schon einmal fliegen und es hat mir auch sehr Spaß gemacht. An manchen Stellen ist es tatsächlich auch sehr hoch, aber da macht es natürlich dann meistens Spaß rumschwingen zu dürfen. Stand by. Die Kinder sind alle wirklich unbeschreiblich gut. Ich arbeite schon sehr lange mit Kindern. Ich habe angefangen mit dem König der Löwen vor, oh je, Jahrzehnten. Die Kinder haben sich verändert in vielerlei Hinsicht. Ich weiß nicht, ob das an den Smartphones und Computern liegt. Sie entwickeln sich viel schneller, sind viel intelligenter, sie verstehen mehr, wie die Dinge funktionieren. Und sie bringen sich ein, fast wie Erwachsene. Das finde ich faszinierend. Bei der ersten Show vor großem Publikum spielt Janis den jungen Tarzan. Eine große Aufgabe. Ganz am Anfang dachte ich, wie soll ich das schaffen, die ganzen Sachen, alle Texte, Schauspiel, alles durchzumachen. Und dann immer weiter hinten hat es immer besser geklappt. Und jetzt habe ich alles drauf. Der Beifall des Publikums gibt ihm recht. Janis hat alles richtig gemacht. Sich alles gemerkt. Und ist nun als kleiner Tarzan Teil der Musicalwelt in Stuttgart. Die nächsten Wochen werden er und seine jungen Kollegen den Dschungel im Palladiumtheater rocken. 5, 12... 3, 3, 3, 4, Ι0 H-5 Rubän, tauschen Aqui für meinenقةen. Ich weiß etwas wie mir steigt. Was. Und auch untersch fantastic. Du Terst, trag mich rauf. Warum? weil du davon darauf gespannt bist, wie mein Obstbücker funktioniert. Und auf geht's! Oh. Die hier politically AJ Major Unitn sieht mega aus. Jungen G scared would. Ja, ja!